Heute besprechen wir zunächst die Pläne für das Semester. Also stifte runter, bitte. Für das London Arts Institute Stipendium werden wir dieses Jahr etwas völlig anderes machen. Jeder kann sich dafür bewerben, aber nur von drei Schülern. Einem aus Ihrem Jahrgang und zwei aus dem Jahrgang über Ihnen werden die Arbeiten am London Arts Institute eingereicht. Für das Auswahlverfahren werde ich Ihnen eine Aufgabe stellen. Die Deadline ist nächsten Donnerstag. Sie sind sehr talentiert. Ich freue mich auf Ihre Arbeiten für die Auswahl. Ich glaube nicht, dass ich etwas einreiche.